es ist wieder freitag auf jeden fall leiten wir jetzt mal das wochenende ein würde ich mal sagen komischerweise immer wenn irgendwas am wochenende ist hast du das beste team noch aus der das ist karma mein freund kann ich auch noch rauhul 1 2 3 4 5 6 kam er so zwei tipps ural schon wieder schlecht ich habe immer schlecht jedes mal ja haupt so volkswagen sponsor und ich bin nicht mein erstes so wir sehen uns bis gleich. So, da sind wir wieder. Freunde, ich habe die Creme de la Creme aufgestellt. Hashtag FIFA-Meute. Alles was FC Ura so zu bieten hatte, habe ich auf dem Platz geholt, habe ich aktiviert, ich habe... So was? So was? So was? Mit so einer Scheiße fangen wir gar nicht. Da gibt es eigentlich erst mal... Ich habe eigentlich gedacht, du hättest die Leute hier noch, du redest mit denen. Ja, genau. Und dann bin ich einfach losgespringen in den ungelaufen Ural hier, die man druckt. So richtig 31er. Du hier mit Captain Arroganz, vielleicht. Oh nee, die haben auch schon wieder so belastende Nummern hier. Linke Verteidiger hat die Nummer 7. Genau, genau. Ja, ich weiß. Für sowas gibt jetzt erst mal ein Gegentor. Karma sag ich. Karma ist da. Er kommt doch gut reingelaufen. Ich glaube, Jose Mourinho hat gerade angerufen. Die will er auch haben. Das kann auch passiert sein. Oder Pep. Pep hat gesagt, ich biete 100 Millionen. Und klar. Was? Was ist denn der Junge da? Ja. Was? So. Big Farley. Kommt der denn? Oh, das wäre schon mal einer. Das wäre... Der, ich glaube, der erste. Das war der Beste, den wir hier hier hätten. Also der würde hier schon Hall of Fame oder so. Also bei den Freistößen könnten wir bis jetzt immer nur ein Worst-Off machen. Jawoll. Du siehst mal, ich habe schon so viele Torschüsse hatte. Ja, aber du hast nie viele Torschüsse. Bis auf den Freistoss gerade war das ja bis jetzt alles. Guck mal, wo der hinflangt! Drei Spieler stehen in Habe ich Angst vor. Wie heißt der? Ich kauf den bei Fußballmanager. Den kann man auch nicht auch nicht. Nee. Da leiten wir jetzt mit dem, mit dem. Erstmal schön ans Kreuzgelenk geknallt das Ding. Konter eingeleitet. Aber so richtig ans Kreuz. Da hast du richtig die Kanne gespürt. Dass der Ball nicht geplatzt ist, weil er auf die Kanne geknallt ist. Guck dir das denn da? Weiß es doch nicht. Guck mal, wie schlägt der Flaggen und wie kackelt der den an. Ähm. Die können nichts, die Russen hier. Ich brauche Schnee. Warum spielen wir nicht im Schnee? So clever Captain Tsubasa-mäßig legt er den hier zu Seine. Ja! Abseits. Ja, habe ich auch gesehen. War abseits. Das hat er nicht gemacht. Was? Ach so. Oder hat er faul gesagt? Nein, die soll nicht abseits. Echt? Philippi hat bald auch, ne? Oh mein. Koffer-Duell gewinnen? Natürlich nicht. Hat er den Krampf oder? Ah! Oh Mann. Vielleicht mit Marvin ja noch was an der Aufstellung machen. Und der kommt nach. Oh, den hast du es auch gelten. Manu Charyan. Ja, der ist gar nicht schlecht. Der klingt fast wie Miki Charyan. Deswegen musst du rein. Was für Scheid? Ich weiß einiges. Ob ich... Hubala. Hallo? Machst du hier das Interieur kaputt. Sorry. Jetzt geht es richtig ab. Soll ich dir. Big Farley? Oh, da geht es los. Na weiter, weiter. Manu Charyan mit der Vorlage. Herrlich. Aber ich weiß wo das dran lag. Du hast schon einfach weiter gemacht. Ich war hier noch ein bisschen was am machen. Ich habe doch extra hinten gespielt hier. Ich war doch gar nicht in der Hälfte. Okay. Du warst doch schon lange wieder dabei. Das war immer noch so. Ja, ja. Der spielt da doch durch. Der spielt da doch durch. Man weiß es, aber es geht nicht, weil die rumlaufen wie falsch geht, ey. Ich wollte dich auch noch was rankommen lassen. Jetzt muss ich wieder einen rauslegen. Die Spinner, ey. Oh. Was macht ihr denn da oben da? Der guckt doch in der Gegend rum. Hat das andere Eck zugemacht. Ich bin Linker in Verteidiger, also darf ich nur auf der linken Seite sein. Ja, das hat man in dem Training gelernt. Ja, ja. Mit ihren Bereichen. Und das war nicht mehr in seinem Bereich. Ja, genau. Weil es ist ja in der Mitte gewesen. Und ist ja nicht verschoben. Ja, und... Bei 4.17ern hätte ich so die Ball abnehmen können. Ich hab schon auf der anderen Seite gehört, aber ich konnte nichts hören. Ja, war kein Blast. Ich musste nicht mehr hin. Das ist nicht... Was ist denn das für ein Schuss? Und Torwart! Oh, Mann. Der war nicht darauf vorbereitet, dass Torwart zu Ende ist. Deswegen ist er nur so mitgegangen. Gut. Total angenehm. Bist du doch schon. Nee, ab jetzt. Achso. Ich hab mir leider so... Das war Bori gespielt. Mann, ey. Es fing erst kurz gut an. Das Jahr lief gut für dich, ne? Ja. Guck mal, der hat schon den Ball weiter! Wie bitte? Ich hab den Ball... Was hast du gesagt? Oh! Kannst du das nochmal so? Auf! Nee, das kann ich leider nicht. Der bleibt stehen! Warum bleibt der stehen? Ich will Todesgrätsch machen. Oh ja, jetzt. Ja, ich weiß. 4.1. Grüße gehen raus. Oh, ladde Pfosten. Franky ist dabei. Das ist ja... Das ist dein Thema, ne? Ja. So viel Bonks kannst du gar nicht einbauen. Doch, die Kuhglocke, die kommt. Warum ne Kuhglocke? Ja, ich weiß. Ja, genau. Ist doch schlecht, Mann. Meine Fresse, ich möchte wirklich Ideen wieder haben. Die können nichts, Mann! Die können nichts! Das war das erste Spiel. Die Türken, die kommen auch nicht. Meine... Nee. Ja, ich darf nicht wechseln, weil... Schlecht mit Schlecht kann man bringen. Hast du sie dann schon dreimal gewechselt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da würde auch siebenmal Wechsel nichts bringen bei dem Team. Aber du musst ihm auch was gegeben haben. Elfmeter hat er nicht gepfiffen. Da hat er sich noch vertan. Er hat gedacht... Was ist... Nachgetreten da hinten! Das ist rot! Schiri! Hör auf zu sehen. Gar nichts gemacht. Das kann er wohl nicht angehen. Ist auch geil, ne? Du spielst volle Offensive und dein offensiver Mittelfeldspieler, der sich vorne einschalten soll, der ist letzter Mann. Das macht so viel Sinn. Das macht so viel Sinn. Danke. Was kann ich noch wechseln hier? Ja, komm. Scheißegal. Fünf Sterne Skill will er mir erzählen. Hab ich nichts von sehen. Einstert vielleicht. Wie Spaß hier, ey. Kommt hier Ali um die Ecke, weißt du? Und überall weiß nicht, was sie anfangen sollen hier. Ja gut, die Sonne scheint auch. Das kennen die Russen nicht. Ja. Viel zu warm für die. Oh mein Gott. Die Thermounterwäsche. Oh, hier die selbstgestrickte. Die Kratzkaute. Und immer ein Fehlpass. Alter. Die selbstgestrickte Unterhose. Das Zeug war doch nicht richtig aufgepasst. Was macht der denn? Wieso nimmt der den nicht an? Kann ich jetzt bitte einen haben? Der Neue. Der Neue. Wieder ein Gegentor. Das ist so klar. Das ist so klar. Weißt du? In der 89. Oho. Wir können doch durchschießen. Ich weiß wie es geht. Mann ey. Fünf Zwei. Das ist ja schon wieder für ein Ergebnis. Kein gutes für dich. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Da liegt schon wieder einer vor mir. Was? Was machen denn denn? Ich zoome da überall rein. Ich zeig dir das. Das kann ja wohl nicht angehen ey. Du kannst mal den Ding rein so was du möchtest. Wie nennt der den an? Und der rennt da nur. Der schockt da nur hin. Wollen? Aber wenn du überall rein suchst. Einen Zoom hätte ich. Den möchte ich gerne haben. Du möchtest einen Zoom haben? Ja gehen. Oben aufs Ergebnis. Oh Gott. Weil das ist am Ende was. Oh Gott. Ich finde das gut. Dass wir uns immer so gut verstehen. Ja klar. Dann lass dafür mal einen Daumen nach oben da. Für die. Für die. Ich bin spannend. Trost. Ja. Die Haare ne. Ich bin da so weh'n. Ich bin da so weh'n.